Hallo, Gata! Guten Morgen! Du bist ja schon hier drinnen! Was machst du hier? Ich weck dich auf! Haben wir schon morgen? Ja, du schriest wieder auf die Schlange. Es ist ja schon fast Mittag. Ja, ja, es geht zumindest. Und was können wir heute machen? Wir können... Ich weiß gar nicht, was macht Nala eigentlich hier? Hey, na, alles fit? Wie geht's euch? Ich bin noch so ein bisschen perplex, wenn ich ehrlich bin. Ich hab gerade noch geschlafen. Und... Habt ihr Bock auf eine Wette? Ich mach das hier in der ganzen Stadt. Oh! Was geht es? Also, wie gesagt, ich bin noch nicht so ganz fit. Echt? Cool! Okay, ich glaub, sie denkt, wir machen sofort mit. Okay, wir machen's. Okay, wir machen ein Wettrennen. Oh, ne, Epic, ich bin noch müde. Ein Wettrennen, das ist eine gute Idee. Das machen wir auf jeden Fall. Ein Wettrennen. Ich bin bereit. Ich bin noch nie aufgestanden und bin gerannt. Äh, okay. Okay, einmal die Straße entlang und wieder zurück. Der Erste, der wieder hier ist, kann was Krasses gewinnen. Oh, je, 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 ich will was Krasses gewinnen. Okay, dann die da. Einmal komplett, bis die Straße zu Ende ist. Okay, zählt am besten selber runter. Na gut, okay. Epic, wie du schummelst, ne? Ich schummel gar nicht. Okay, auf die... Auf los, ja? Ja. Auf die Plätze. Fertig. Und los! Okay. Oh, schnell! Ich bin schneller! Ich bin schneller! Du bist schneller. Und bist du vorne? Nein, nicht... Oh, die Straße! Okay, 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 das habe ich und jetzt wieder zurück. Schmarsch, schmarsch, schmarsch! Katze! Ich beeile mich. Epic, ich werde gewinnen. Ich werde gewinnen. Hallo, nicht schummeln. Ich habe nicht geschummelt. Du hast geschummelt. Ich habe geschummelt. Nala, disqualifiziert. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Nein, ich habe gewonnen. Du hast nicht gewonnen. Ich bin als erster hier wieder auf das Ziel. Ich habe gewonnen. Ah, Katze, du bist der Loser. Epics Gewinn ist es. Ja. Hä? Ich habe nicht gewonnen. Also, ich habe... Dass du, Katze, 100 Tage machst, was Epic will. Viel Spaß. Das ist der gewinn. Dankeschön. Hä? Nee, ganz sicherlich nicht. Nein, das mache ich nicht. Du hast geschummelt. Du bist über die Ecke gerannt. Wie gut ist das denn? Epic, ich mache doch nicht 100 Tage, was du möchtest. Doch, 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 doch. Bist du des Wahnsinns? Ja, das machen wir. Ja, okay. Du hast verloren, Katze. Aber du machst jetzt nicht doofe Sachen, oder? Liebe Sachen. Nein, das mache ich auf keinen Fall. Ja, okay. Also, wenn jetzt... Okay, warte mal ganz kurz. Das bedeutet, ich mache jetzt 100 Tage. Wenn du irgendwas von mir möchtest, dann mache ich das, oder wie? Ja, genau. Okay. Aber wir, die werden zu böse, ja? Nur Liebe Sachen. Ja, wir gucken. Okay. Und... Aber jetzt nicht direkt, ne? Nee. Nee, 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 nee. Lass mich ja in Ruhe. Wehe. Also, naja. Hallo. Eppik, jetzt nicht irgendwas überlegen, muss ich es machen? Nein, du wunderschst da gelaufen. Aha. Und Leute, ich kann eigentlich schon damit wett... Hallo, deine erste Aufgabe, Katze! Ich wusste es, was willst du? Wir sind am ersten Tag. Ja. Da vorne siehst du ja Manni stehen. Ja. Was macht Manni da hinten? Nichts. Und er hat eine Mikrowelle, die sollst du klauen. Oh nein, Epic. Wir haben gesagt, du liebe Sachen. Ich warte hier. Ich will doch nicht was von ihm klauen. Weißt du, der wird böse, man boxte mich oder so. Och Manni, der Arme. Schaut... Okay, wartet mal. Da hinten ist auf jeden Fall ein Fenster. Vielleicht komme ich da irgendwann dann zu der Mikrowelle. Epic ist so fies. Es war mir so klar, dass direkt was kommen wird. Komme ich hier durch? Oh nein! Wenn der mich sieht, bekomme ich so Ärger. Aber zum Glück sind hier keine Fenster vorne. Och Mann. Okay. Das erste habe ich. Darf er wenigstens nur eine Sache am Tag machen? Das wäre ja fairer noch, oder? Dann habe ich eine Sache. Mit der bin ich jetzt schon uncool. Epic, ich habe die Mikrowelle. Guck mal. Aber das reicht jetzt, oder? Eine Sache am Tag. Maximal. Guck mal. Das Beweisding nimmst du aber mit, ja? Nee, das will ich hier nicht haben. Nee, 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 nee. Die stelle ich. Die nimmst du hier. Du wolltest sie, du bekommst sie. Bitte schön. Für dich. Und Katja. Ja. Nee, jetzt war eine Sache. Nein, nicht noch eine Sache. Dir gefällt doch hier dein Häuschen sehr, sehr doll gut, oder? Nee, ich will mein Haus nicht umbauen. Musst du dich umbauen. Okay. Du wolltest dich jetzt einfach sehr weit nach unten und wolltest dir ein kleines Löchlein, wo du da drin wohnst. Und wie tief? Nicht ganz tief, oder? Schon relativ tief. Wie tief? Sehr, sehr. Oh, nee, Epic. Sag schon, an meinem Bett darf ich mitnehmen. Nein. Oh. Und. Hä? Du darfst dir eine Sache aussuchen, die du mitnimmst. Ja, dann nehme ich mein Bett mit. Oh. Okay. Viel Spaß. Äh, okay. Und wie? Ich habe nicht mal eine Spitzsacke oder sowas. Ja, das dauert ein bisschen länger. Weinst du das ernst? Viel Spaß, Katja. Ich sage Stopp, ja, wenn es tief genug ist. Oh, das ist aber fies. Hä, ich behalte nicht mal die Blöcke. Ich habe drei Blöcke. Epic. Wie, das ist zu fies. Oder zu tief. Ich baue mich dann mal runter. Bist du überhaupt noch da? Ja, klar. Achso, okay, sehr gut. Ja, okay, dann baue ich mal los. Noch ein Stückchen, ja. Ja, ja, ja. Also, ich will jetzt ja nichts sagen, habe ich ja Lava. Wenn ich noch weiter mich runterkrabbe, bin ich vielleicht weggeschnetzelt. Ja, das passt. Du kannst ja unten ein kleines Räumchen bauen. Und, und wie komme ich hoch? Ja, guck mal. Ich gebe dir ein bisschen Verpflegung, okay? Oh, du bist so fies. Ich gebe dir was zum Essen. Ich komme jetzt die ersten nächsten Tage jetzt erstmal nicht hier hoch. Ich will keine Pufferfische. Äh, ich baue mir hier mal ein Bettchen hin. Und zum Glück habe ich ein Bettchen überhaupt mitgenommen. Danke für den Kaktus. Kein Problem. Katja, wie gefällt es dir da unten? Epic, den wievielten Tag haben wir eigentlich? Wir sind schon beim sechsten Tag insgesamt. Ich habe Hunger. Ich habe sogar die Pufferfische gegessen. Schau mal, ich habe was für dich. Ja, ich sehe es nicht. Leitern. Ich komme hoch. Wie viel hast du? Das sind ein bisschen viele, ne? Also, danke. Gerne. Ich komme wieder nach oben. Sehr gut. Ich kann noch sechs Tagen, Katja. Darf ich trotzdem jetzt dann wieder oben leben? Äh, okay. Echt? Oh, sehr gut. Ich habe eine neue Aufgabe auch für dich, Katja. Ja, ich komme erstmal hoch. Warte. Das war eine echt doofe Aufgabe von dir. Hallo. Komme ich hier überhaupt dran? Schau mal, ich habe was für mich. Was ist das? Wolle? Ja. Was soll ich damit machen? Du wirst ein Bild von mir bauen. Ein Bild? Ja, je. Was heißt dein Bild? Mit blauer Wolle? Hier, guck mal. Mit deinem Gesicht? Bitte schön, bitte schön, bitte schön. Oh nein. Bitte schön, bitte schön. Also, das heißt so ein 2D-Bild sozusagen? Ja. Von mir. Ach, nö. Kannst du mir wenigstens... Oh, warte. Stehst du mir wenigstens so zur Seite, dass ich immer gucken kann? Hm, nö. Ja, nö, okay. Das bedeutet, wo soll ich das hinbauen? Hier? Ja. Irgendwo hier? Ja, du kannst es hier hinten hinbauen. Ja, hier passt, glaube ich, ganz gut. Okay. So, wie groß soll das denn sein? Ich mache mal ganz kurz den Baum hier weg. Effekt, das sind komische Aufgaben. An Tag 6. Es geht doch sehr lange. 94 Tage. Ja, ja, ja. Das ist so gut. Ich bin hier oben auf dem Baum und schau dir zu. Ja, super. Dankeschön. Okay, ich fange einfach mal mit der Kapuze an, denke ich dann mal. Also, wir machen einfach mal so eine Umriss. Ich gebe mir Mühe, ja? Ja. Aber ich, äh, ja. Okay, so, fangen wir einfach mal an. Oh, nein. Ich, äh, ja. Na gut. Das habe ich auch dann immer hinter meinem Haus stehen. Moment mal. Naja, fast hinter meinem Haus. So, warte mal. Wo bist du? Ah, da. Au. Okay. Ja, es soll halt 2D sein, ne? Also, dann kommen hier die Öhrchen. Ich glaube, du bist ein bisschen klein geworden. Äh. Wir machen mal die Öhrchen ein bisschen kleiner, okay? Hey. Ich glaube. Äh. Happy? Äh. Äh. Wie sehe ich denn aus? Du siehst aus wie ein Wurfbär. Du siehst echt aus wie ein Hund. Kannst du mal aufhören, damit dein, dein, dein Porträt beim Kunstwerk hier anzuschießen? So, hier. Die Wolle kannst du wieder haben. Ach, ich behalte die einfach. Und ich darf jetzt wieder nach Hause. Ich muss jetzt nicht runter, oder? Hm, hm, du darfst wieder ganz normal zu dir nach Hause. Wie sieht das denn jetzt hier aus? Was ist mit meinem Bett? Darf ich das wiederholen? Wenigstens? Nö. Cool. Dann mache ich mir ein Bett aus Wolle. Was ist denn da? Oh, Epic. Das ist doch doof hier. Ja, ja. Ach, Mann. Ich glaube, ich sollte mir mal ein Buch holen und die Tage irgendwie protokollieren. Ich weiß auch nicht. Also, Epic hat mir jetzt 5 Tage lang keine Aufgabe gegeben. Vielleicht will er immer so ein paar Tage warten, dass ich nicht damit rechne. Ich hoffe, die nächste Aufgabe kommt nicht allzu bald. Und ich muss jetzt erstmal diesen ganzen, diese ganzen Blöcke loswerden. Vor allem die ganzen Leitern. Ich schmeiße die einfach nach unten. Ich brauche die eh nicht. Ah, das wird ja noch was. Und, Leute, langsam wird es suspekt. Epic kommt zwar zu mir, aber es heißt nichts. Ist es heute so weit oder nicht? Ab was für dich. Komm mal mit. Es ist eine Aufgabe. Die du machen musst. Ich schreibe mir mittlerweile, wie viel haben wir? Tag 21? Wir haben heute Tag 21. Ja, ja, ja. Ich schreibe mir jetzt immer auf, wann du was von mir möchtest. Vielleicht gibt es dahinter ja ein Muster. Tag 21. Schau mal. Stell dich mal ganz genau hier hin insgesamt. Was ist das? Einfach hinstellen. Passiert da was? Nein. Hinstellen. Okay. Aber nichts Schlimmes, oder? Nein. Was ist das? Gar nicht. Nicht schauen. Epic, warum ist da eine kleine Spinne? Epic 4. Nee. Bist du bereit? Nein. Drei, zwei, eins. Und zack. Epic. Wie siehst du denn aus? Ich habe dich einfach in eine Spinne verwandelt. Das ist mein größter Horror. Du bist einfach in eine Spinne. Oh, ich finde mich so eklig. Du kriegst keine Spinnfreunde nach Hause. Ich krieg keine Spinnen. Och, Epic, nee. Wie lange muss ich jetzt als Spinne leben? Bitte sag nicht 100 Tage. Nein, ein bisschen länger. Nein. Nein. Mach mal, das ist eine Spinnhöhle. Nee. Mach die weg. Bitte. Bitte. Nee. Ich krabbe hier selber rum. Ich krabbe hier selber rum. Ja, stimmt. Was soll ich denn jetzt tun? Wie du aussiehst. Oh nein, alle anderen finden mich bestimmt auch ganz... Epic, das ist mein größter Albtraum. Ich habe eine Idee. Ja, was hast du für eine Idee? Warte, warte, warte. Komm mal mit in deine Hals hier. Nee, ja. Warte, ich mach die alle weg, ja? Ja, mach die mal weg. Oh, guck mal, die mach ich weg, die mach ich weg. Dass du keine Spinnen mehr hier bei dir hast. Ich will das Spinnen-Klüschis. Ach, das ist eklig. Schau mal, jetzt kannst du reinkommen. Und dann? Nee, komm mal rein. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Was willst du machen? Guck mal. Kann ich ein bisschen... Nein! Oh, iiih, Epic! Oh, ich bin eine springende Spinner. Und jetzt bin ich... Wie lange soll ich denn hier eine Spinne bleiben? Kann ich die... Nee, ich kann nicht mal die Wände hochklettern. Epic! Geht einfach. Tag 21. So, so, so. Und ich weiß nicht, wie viele Wochen jetzt vergangen sind sogar. Also eine ist es auf jeden Fall. Epic muss ich... Also der muss mich jetzt langsam mal zurückverwandeln. Was macht der da eigentlich? Epic! Hallo! Hallo! Katja! Ah, hallo! Du hast ja... Sag mal, kannst du bitte mich wieder zurückverwandeln? Ich mag mich selber nicht so, wie ich bin. Bitte! Katja! Das ist jetzt lang genug so gewesen. Du weißt, wie lange ich was Spinnen habe. Ja? Ich verwende dich wieder zurück, Katja. Okay, bist du bereit? Ja, mach einfach. Auf die Plätze, fertig und los! Ich sehe meine Hand wieder! Ja, hallo! Da bist du wieder! Oh! Katja, ich habe jetzt an Tag 39... Was warst du eigentlich den Pinsel? Tag 39? Nächsten Auftrag für dich! Ja, was sonst ist das? Und zwar musst du einen Boxkampf gewinnen. Einen Boxkampf? Ja, ja, ja! Ich bin keine Boxerin. Ja, das schaffst du vielleicht. Gegen wen soll ich boxen? Gegen dich? Nein, ich habe einen Boxer. Der musst du wegstetzeln. Äh, okay. Wohin müssen wir denn? Mitkommen! Ach, nee, Epic. Aber bekomme ich irgendwie ein Schwert oder sowas? Nö, mit deinen bloßen Händen. Echt? So richtigen Boxkampf? Ja, 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 ja. Oh, steht der hier einfach irgendwo? Ja, der hängt in der kleinen Arena. Epic, nee, aber da muss ich jetzt nicht rein. Der macht mich ja fertig. Nö, das schaffst du bestimmt. Denkst du? Nö. Ah, Epic! Er kommt schon! Er kommt! Mach der viel! Ich bin nicht aus dabei! Ah, Epic, das ist doch fies! Das schaffst du bestimmt. Denkst du? Ja, ja. Oh, ich muss ihn... Ich bin klein und flink. Der ist auch riesig. Warum hat der einen Anzug an, aber Boxschuhe... Hier in die Arena, bitte schön. Nicht im Wasser kämpfen. Guck mal, wie gut ich das mache. Nicht im Wasser. Aha. Hallo. Wasser ist mein Element. Das ist alles. Ja, also ich sage mal so, wenn er mich erwischt, bekomme ich schon zweieinhalb Herzen einen Abzug. Der hat ja sogar Boxhandschuhe. Ich habe gar nichts. Aua. Also ich muss sagen, so gut ist er im Wasser definitiv nicht. Okay, Epic, ich bekomme aber jetzt ein bisschen Damage. Ich muss mal ganz kurz hier raus. Denkst du, der kommt mir daher? Ich kann ihn weiter wegschubsen. Der sollte in der Arena sein. So hast du es dir nicht vorgestellt, aber es passiert so. Epic, wie viel hält der eigentlich aus? Ich glaube, der ist schon ziemlich stark. Epic, ich bin nicht stark. Ich bekomme wieder ein bisschen Damage. Also in dieser Arena hätte ich das keine zehn Sekunden ausgehalten. Aber der ist so, so... Oh. Du hast es geschafft. Sächlich. Ich meine, ich bin in der Arena drin. Sieger. Sieger, Katja. Naja, okay. Oh, was ist für heute Tag 39? Ja, für heute war es das. Für heute war es das. Du bist so fies. Hauptsache, ich bin wieder ich und keine Spinne. Der Spiegel kommt jetzt trotzdem erstmal weg. Ich habe mich jetzt lang genug angesehen als Spinne. Und ich bin gerade am überlegen, vielleicht finde ich hier sogar ein paar Fische. Hi, Epic. Ja, klar. Du magst doch Wasser sehr gerne. Ja, tatsächlich. Ich habe eine gute Aufgabe. Wir sind an Tag 56 schon. Tag 56. Aber ich muss sagen, du bist lieb. Du machst jetzt nicht jeden Tag eine Aufgabe. Ja, das stimmt. Das sind jetzt schon wieder ein paar Tage vergangen. Siehst du da hinten auf Horizont einen kleinen Sprung, Turm? Nein. Warte. Da kommst du ganz oben drauf. Warum siehst du den von da hinten, wenn dann... Oh, der ist ja riesig. Ja, du musst ganz da oben drauf klettern und unten einen einzelnen Wasserblock treffen. Nein, Epic, da bin ich richtig schlecht drin. Und das musst du so lange machen, bis du es schaffst. Da bin ich aber schlecht drin. Das schaffe ich nicht. Ist das schon Wasser? Nee, das werde ich beziehen. Ach, ich weiß jetzt nicht, wo es ist. Ich sehe es erst oben. Und da muss ich hochklettern. Ja, Joghau. Wenn ich es beim ersten Mal geschafft habe, dann ist aber okay, ne? Ja, dann hast du die heutige Aufgabe geschafft. Oh, Leute, ich bin da echt... Ich bin da richtig schlecht drin, ne? Also, ich sage es euch, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ich das hinbekomme. Ich kletter erst mal hoch. Oh, nee, warte. Oha, du bist so fies. Dass du sogar ein falsches hinplatzierst. Ja, okay, ich muss da rechts hin. Außer, das ist auch Fake-Wasser. Okay, Leute, wie gesagt, ich bin nicht gut drin. Bitte nimmts mir nicht böse, wenn ich es nicht schaffen sollte. Das ist nicht gut, oder? Und jetzt muss ich es nochmal machen. Ja, und bis du es geschafft hast. Und ich muss wieder hoch. Das ist fies. Was ist das denn jetzt? Das ist wirklich einfach fieser. Kannst du nicht mehr Wasser hinplatzieren? Nee. Och, Epic, nee. Oh, das war aber knapp. Das war schon grün ein bisschen. Kann man da überhaupt rein? Ich probiere es jetzt einfach aus. Natürlich. Ach, Mann. Man sagt ja, alle guten Dinge sind drei, aber das ist jetzt echt fies. Das ist ja nicht mal mehr da, wo ich es gesehen habe. Oh. Das ist unfair. Aber das war auch knapp. Das geht. Und das wird jetzt immer fieser. Hä, weißt du, dass es voll fies ist mit den Leitern auch? Ja, musst du genug Abstand halten. Oh, das schaffe ich jetzt. Oh. Wie kann ich das nicht schaffen? Das ist aber eine knappe Sache. Und Leute, ihr seht das. Ja, ich sehe das. Ich muss aber auch wirklich nah gucken. Boah. Das schaffst du ganz bestimmt. Ah. Ach so, ob du es ja echt geklappt hast. Gepackt, Tag 56. Und Leute, wir haben mehr als die Hälfte schon rum. Das bedeutet, die 100 Tage sind bald fertig. Und Leute, bald ist zu Ende. Deswegen mache ich hier schon mal zu. Mein Bett darf ich übrigens immer noch nicht haben. Hallo. Hi. Wir haben Tag 71 schon. Ist heute eine Aufgabe? Ja, natürlich ist es heute eine Aufgabe. Und zwar musst du dich heute auf fünf verschiedene Weisen wegschnetzeln lassen. Aber die müssen natürlich unterschiedlich sein. Okay, willst du immer mitkommen? Wasser und Lava ist verboten. Und Rotterdam ist auch verboten. Hä? Dein Ernst? Ja, klar. Wie? Hä? Wie soll ich mich denn dann auf fünf verschiedene Weisen wegschnetzeln lassen, wenn ich Wasser und Lava... Äh, ich muss irgendwas finden, was mich wegschnetzelt. Hä? Sand. Sand, 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 Sand. Sand ist eine gute Sache. Da muss ich dann... Ach, wie mache ich das denn am besten? Mich runtergraben oder so? Da kann man auf jeden Fall weggeschätzt werden von, ne? Ja, das stimmt. Aber das klappt halt dementsprechend nicht so gut. Und so schnell vor allem nicht. Ich kann jetzt immer... Oh, ja! Oh, du kriegst der Mensch tatsächlich. Oh, sehr gut. Oh, zum Glück. Okay, dann warte ich das mal ganz kurz ab. Dann habe ich auf jeden Fall schon mal ein... Ein was hinbekommen. Jetzt klappt das! Oh, tschüss! Nice! Okay, eine Sache habe ich. Oh, noch vier. Okay, noch vier Sachen. Ohne Wasser, ohne... Oh, das ist aber auch fies. Was gibt es denn noch? Kann ich Cravel nehmen? Cravel geht ja auch. Nein, das ist selbe! Nein, das ist nicht das selbe. Doch, das ist das selbe. Das ist nicht das selbe. Doch, das ist das selbe, wie wenn du von einem Berg oder von einem Hügel springen. Nein. Doch, das ist eine Schummlerei. Das ist keine Schummlerei. Das ist so, wie es ist. So, jetzt muss ich aber erst mal Cravel finden. Wie ist es das? So, jetzt aber. Und zack. Tschüss! Ciao, Kakao. Die selbe Methode, aber okay. Es ist nicht dieselbe Methode. Es ist ja ein anderes Material. Gata! Und... Tschüss! Sehr gut! Okay, dann noch drei Sachen. Ethel, die wärst du... Willst du mich nicht mal wegschnetzen? Komm, wir boxt uns mal. Komm, boxt mich! Epic! Ja! Nice, okay. Noch zwei. Jetzt ist die große Frage. Was habe ich noch, was mich hier irgendwie weiterbringen könnte? Ich könnte irgendwas essen, was mich vergiftet, aber ich weiß halt nicht, ob ich so schnell was finde. Mops, da müsste ich halt irgendwie dann dafür irgendwo hin. Mh, was ist mit... Mh, ja, du hast gesagt, kein Fall-Damage, ne? Mh, mh, das ist auch verboten. Das ist ganz schön schwierig. Ich brauche noch mehr Sachen, die runterfallen. Ein Envil bräuchte ich. Oh, ich hole mir ein Envil. Und es geht wieder los. Oh, nein. Karte, das muss mit viel Abstand sein. Was machst du nur jetzt hier? Sand. Sand ist auch nur die Idee. Also roten Sand, Leute. Das ist nicht der weiße Sand. Und das vorletzte. Okay, Epic, dann reicht es aber auch langsam mal. Eine Sache. Envil hat nicht geklappt. Dafür war ich irgendwie zu inkompetent. Ich hole mir jetzt Potions irgendwo her. Ich hoffe, ich finde welche. Und rechtzeitig zum Sonnenuntergang. Oh, nein. Das macht mir nicht genügend, glaube ich, Epic. Was ist da los? Ich glaube, das bekomme ich nicht hin. Ich habe nur vier gefunden. Reicht das? Bitte, ich habe den ganzen Tag hier irgendwie geguckt, wie ich weggeschätzt werden kann. Wie viele Erzten hast du denn noch? Ja, viele. Alle voll. Du kannst ja. Ich will nicht mehr. Bitte. Ist okay. Komm. Ich kann dir auch noch mal ein Envil geben, wenn du möchtest. Oh, ja. Dann gib mir ein Envil. Ich habe nie die. Komm mal mit. Ah, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Ich weiß wortwörtlich, worauf du hinaus möchtest. Katja, bist du bereit? Ja, bin ich. Und es kommt was auf dich zu. Oh, nein. Wenn das jetzt nicht funktioniert. Natürlich. Ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Bis morgen. Genau. Hoffentlich kommt morgen keine Aufgabe, ne? Nalli. Aber vielleicht übermorgen oder überübermorgen. Auf Wache, Garten. Guten Morgen. Guten Morgen. Es ist früh morgens. Und wir befinden uns an Tag 89 schon. 89. Ja, ja, ja. Oh, okay. Mal sind deine 100 Tage vorbei. Aber ich habe jetzt noch eine richtig gute Aufgabe, die du machen musst. Ja, und was geht? Und zwar bekommst du ganz viele neue Freunde. Okay, das hört sich erst mal gut an. Bleib gleich hier einfach im Haus drin, ja? Ja. Ja, ja. Du wirst sehr viel Spaß haben. Okay, ich bleib dann mal hier. Kannst du dich ja nur... Nicht spickeln. Nein, ich gucke nicht. Soll ich mich ducken oder so? Äh, alles gut. Okay, ich warte kurz. Katja, schau mal. Epic, ich sehe schon so meine Rechten. Was ist das? Was ist das? Hallo, hallo? Wir reden die ganze Zeit. Epic. Du willst mich nicht verrückt machen, oder? Viel Spaß mit deinen Freunden. Die rennen hier rein zu mir. Ja, klar. Die wohnen ja natürlich bei dir. Hallo, Leute. Ach, die sind ja... Warum sind die so schnell? Warum rennen die denn? Warum rennen die? Epic, wo ist der echte? Ah, du bist der echte. Hallo. Ich, äh... Oh, guck mal, der ist schon in deiner Küche. Ja, der will zum Kuchen. Wo ist das? Ich mache die Fenster auf. Vielleicht kommen noch welche rein. Ach, nee. Das sind deine neuen Freunde. Die wohnen jetzt bei dir. Die rennen. Das sind ja wie kleine Ameisen. Eine kleine Treppe, dass die zu dir reinkommen. Hallo. Guck mal, da kommen sie schon an. Nee, bitte nicht. Die sind ja so nervig. Ach, du Jemeni. Ach, die rennen. Warum sind die denn so schnell? Ah, Epic. Also... Das sind kleine Ameisen. Und mit denen muss ich jetzt leben? Ja, ja. Äh, danke. Wird ja eine coole Zeit hier. Viel Spaß. Kannst du dich auch mit denen unterhalten? Ja, die sagen ja auch nur... Hallo, hallo. 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 Hi. Ai, 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 ai. Und Leute, die letzten Tage habe ich jetzt dann gesagt, ich muss hier hoch. Ich schaffe es nicht. Die nerven so hart, die reden die ganze Zeit. Die ganze Zeit, Epic. Hallo. Wie für einen Tag haben wir eigentlich? Wir sind jetzt gerade an Tag 99. Tag 99. Morgen ist es vorbei. Ja, aber... Kommen die ganzen Epics dann weg? Hier noch eine... Ja, mal gucken. Eine letzte Aufgabe haben wir noch. Das habe ich mir gedacht. Ich habe schon direkt den Tag eingetragen. Ja, was geht's? Und zwar werden wir ein Wettrennen machen. Ey, die reden alle mit mir. Ja, natürlich reden die mit dir. Wir machen eine Wettrennenkarte von hier bis hin zur Straße und wieder zurück. Und die Person, die das Wettrennen gewinnt, die dafür entscheiden, was er andere machen muss. 100 Tage lang. Ne, wenn du das nochmal gewinnst. Okay. Ich gebe alles, Leute. Okay, bis bereit. Auf die Plätze. Fertig. Und los. Okay. Wenn du nicht gewinnst, Epic, muss ich sagen, danke fürs Busten. Ja, das wollte ich nicht. So, einmal mal kurz das hier berühren und zack. Epic, du schummelst. Ich schummel gar nicht. Du schummelst. Ich schummel aber gar nicht. Oh, oh, oh. Hallo, du hast den Baum nicht gesehen. Bust mich doch nochmal gerne. Kein Problem. 100 Tage hast du gesagt, ne? Nee. Du bist selber dran schuld. Nein. Nein. Also, Epic, mein erster Tag. Du kannst gerne hier in mein Haus ziehen. Ich ziehe in dein Haus. Ich ziehe in dein stinke Haus. Und die... Hallo? Die Epics bleiben alle hier. Und ich muss sagen, meine 100 Tage sind damit dann ja offiziell vorbei. Deine 100 Tage haben erst begonnen. Nein. Also, Leute, wenn ihr auch mal sehen wollt, wie 100 Tage aussehen, wenn ich Epic sagen darf, was er 100 Tage machen soll, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Der erste Tag beginnt hier schon und ich sage dir, es wird nicht leicht. Es wird sehr, sehr, sehr anstrengend. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.